Yo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Hot Purse 2 und ja, machen wir hier doch einfach mal weiter im Kontext und nehmen uns das nächste Turnier vor hier. Eine Runde Dodge Viper, aber das geht schon klar. Um, 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 um. Mal schauen hier, wie das läuft. 27 an County, verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein roter Sportwagen. Mach mal. So, ein bisschen mehr rödeln hier. 27 an County, verfolge uns zu gefährlich. Brecher ab. um, 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 um. So, TJ ankommen. Um, 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 für Ihren, die dort unten Bedürfzeuge hat. Let's do desen jetzt. 46 an County, ab seine Geschwindigkeit auf dem Radar Stammt Ach komm schon 31 an 90, Berlin, werdet ihr? Der Typ wird noch jemanden überfahren. Welche Verfolgung habt? Ja dann Und hüpft Und hüpft 27 an County, da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist eine rote Dotschweiber Läuft doch 27 an County, der Verdächtige hat mich abgehängt Das erste hätten wir schon mal geschafft hier Mit ordentlich Punkten am Start Nächstes Rennen, ja klar, machen wir noch direkt weiter hier Sollte man vielleicht den Wagen mal wechseln Ja los, wir fahren mal mit dieser Cobra Am Mustang Am Ford Mustang Hähm 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 Aber das lässt sich jetzt wohl nicht ändern Hähm 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 Spreche verfolgen ab. Auf jeden Fall fahre ich die verkehrten Wege ja ein bisschen. Aber gut, solange ich erster bin, bin ich erster. Ist das auch irgendwie wurscht, oder? Geist er wieder, abnehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein roter Ford Mustang. Das ist die letzte Runde. Mensch Junge, lernen wir Autos fahren hier. 27 an County, ihr verliert die Kontrolle. Behinder die Verfolgung. Angelegenheit zu gefährlich. 19 an County, da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein roter Ford Mustang. So, und jetzt fahren wir aber richtig, ja? 19 an County, Verfolgung zu gefährlich. Jo, haben wir das auch gepackt. Hatte man hier nicht früher mal eine Maus eigentlich? Ich dachte eigentlich schon, ein bisschen auf der Tastatur rumhacken hier. Oh, ich jetzt die Z06 noch nehme, dann habe ich irgendwie alle bunten Wagen durch in diesem Turnier hier. Alles, was da so geht. Kann man ja auch mitarbeiten. Wie vor mir sind, wäre es bei allen, wir ohne Köln? Und... yましょう... n Was mache ich denn hier? Shit. Mal gucken, ob wir das wieder reinholen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, haben wir wieder rausgehauen. Hat er eigentlich gerade erst noch aufgeholt gehabt, aber noch gut. Die letzte Runde. Nicht wahr. Oh, scheiße. Ja, dann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 46 in County, jetzt dreht er ganz ab. Jetzt dreht er ganz ab. Kannst du mal sehen. Ihr Fall ist zu groß, wir in der Verfolgung. Und war das auch. Ja, schon geschafft. Ja, ist auch gut. Auf ganzer Linie gewonnen wohl, ne? Ja, dann verabschiede ich mich hiermit. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Ciao.